Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünscht ihr euch. In Phase 3 von 3 der epischen Herausforderung Fortnite 2 Season 6 müssen wir einen Geistkristall auf dem höchsten Berg platzieren. Eigentlich ist der höchste Berg in Fortnite immer der Mount Kay gewesen. Es ist natürlich jetzt möglich, dass Spire als Berg zählt, das weiß ich nicht. Ich werde auf jeden Fall hier zu Mount Kay fliegen. Also ab zum höchsten Berg. Das ist wie gesagt immer noch Mount Kay. Aber ich bin glaube ich ein bisschen tief. Ich gehe davon aus, dass Spire nicht höher ist und auch kein Berg ist, sondern ein Turm. Hast du viel gegessen oder was? So, dann wollen wir mal den Kristall aktivieren. Das war die Herausforderung mit der Aktivierung. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's Gott!